Waren wir jetzt romantisch? Ich glaube, das war ich jetzt mal romantisch. Total! Also, wer steht schon auf romantische Frauen? Die meisten Männer stehen doch eh auf Schlampen, oder? Ja, du stehst auf romantische Männer. Ja, du stehst auf romantische Männer, ist okay. Die meisten Menschen stehen auf Pitches, oder? Also, hau rein, Olli. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018